Bei der Gelegenheit wird es eine Inzidenz von null dauerhaft nicht geben können, außer sie ziehen eine Mauer um dieses Land. Und das ist jedenfalls nicht unsere Politik und unser Ansatz. Wir sind ein Land in der Mitte eines Kontinents. Ich komme selbst aus einer Grenzregion zu den Niederlanden mit regem Austausch über die Grenze. Wir sind ein Land, das am Ende die Balance sucht zwischen bestmöglichem Infektionsschutz, aber eben auch Leben und Freiheit und Normalität, soweit es geht. Wenn wir uns alle zu Hause einschließen, dann sind wir vielleicht irgendwann bei Inzidenz null, dann passiert gar nichts mehr. Das stimmt. Das ist aber auch kein Leben.